Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Die radikale Entscheidung der berühmten Schauspielerin und jedermanns Liebling Tugba Büyüküstün vergrößerte ihr Vermögen mit den Zwillingstöchtern der schönen Schauspielerin. Die Hochzeit der Schauspielerin Onur Seilak und Tugba wurde mit Töchtern namens Maya und Tobrak gekrönt. Die Töchter der Schauspielerin Tugba Büyüküstün sind erwachsen geworden und neben der 40-jährigen schönen Schauspielerin ist auch die 10-jährige Tugbala zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien geworden und erregte in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit mit ihren großartigen Bildern der Erde und der Maya sind schon und Schritt für Schritt werden. Die schöne Mutter Tugba Büyüküstün teilt ihre glücklichen Erinnerungen mit ihren Töchtern Maya und Tobrak auf ihrem Social Media Account. Die Schauspielerin, der entsprechende Fotos auf ihrem Instagram Account folgten, traf in Paris eine radikale Entscheidung und kaufte mit ihrer Zwillingstochter eine Wohnung in Frankreich für 1.500.000 Euro. Die Schauspielerin Tugba Büyüküstün, die die Fotos dieser Villa, die sie 2019 in Paris gekauft hatte, geteilt hat, investierte fast ein Vermögen in ihre Töchter. Die schöne Schauspielerin Tugba Büyüküstün, die nachweislich ein weiteres Haus in Deutschland hat, hat bereits angekündigt, dass sie für die Zukunft ihrer Töchter nichts scheut und alles für ihre Zukunft tun wird. Der Punkt, an dem die schöne Schauspielerin diese Wohnung für 2.400 Euro pro Woche und etwa 50.000 Teelöffel gemietet hat, hat eine andere Bedeutung, da er exklusiv für Paris Tugba ist. Die schöne Schauspielerin Tugba Büyüküstün sah Frankreich als ihre zweite Heimat und machte Frankreich zu ihrer zweiten Heimat. Sie kaufte 2019 eine Wohnung in Paris. Und die einzige noch lebende Tugba Büyüküstün lebt mit ihren beiden Töchtern ein glückliches Leben, nicht die Wohnung in Deutschland, die etwa ein Zehnte von 5 Millionen Euro haben soll. Tugba Büyüküstüns Investitionen raubten allen den Atem und rückten mit ihren erstaunlichen Investitionen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit vieler Menschen. Um die Details unserer Neuigkeiten zu erfahren, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, mein Video zu liken und bis zum Ende unseres Videos anzusehen, unterstützen Sie uns. Lassen Sie uns unsere Neuigkeiten noch einmal fortsetzen. Liebe Follower, die Details unserer erwarteten Neuigkeiten sind etwas Besonderes für Sie. Tugba Büyüküstün hatte in den vergangenen Jahren eine kleinere Wohnung in der gleichen Gegend gekauft. Diese kleine Wohnung kostet in türkischer Währung fast 900.000. Die schöne Schauspielerin, die 18 Millionen TL bezahlt hat, nutzt dieses zweite Haus als Investition. Die schöne Schauspielerin, die 20 Millionen Euro haben, die 20 Millionen Euro haben, die 20 Millionen Euro haben, die 20 Millionen Euro haben.